du hast die rosen gepflanzt nehme ich an die rosen ja die rosen sind natürlich der hit im sommer die sind total schön sie blühen zweimal haben wir nicht zweimal die blühen nur einmal rosen sie waren vorne auf dem grundstieg da wollten wir den birnbaum beranken lassen aber haben die rehe das abgefressen unmögliche laufen und das ganze gezeugt was es nirgendwo mehr gibt läuft alles hier rum hier fliegen alle insekten alle vögel hier ist die welt noch in ordnung meine rosen blühen dreimal wenn sie blühen also nie